Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Campus Kino Heute. Eigentlich müsste es bereits ja die zweite Folge von Campus Kino Heute sein, weil der erste Campus Kino Film bereits vergangene Woche genau hier lief. Aber wir waren einfach zu faul. Jetzt begrüße ich den Erfinder des erfolgreichsten Campus Kinos Deutschlands, Jim Lacey. Hallo Jim. Hallo Christoph. Also diese Woche kommt ein... Können wir den Drehort wechseln? Ich habe ein klein bisschen Höhenangst. Und? Ist das besser? Nicht wirklich. Was? Das geht. Gibt es hier was zu essen? Danke. So, wir haben auch keine Zeit mehr. Mittwoch, Film wird super, Bier kalt. Super. Wir freuen uns.